zwei rentenbescheide für zwei rentenerhöhungen ab juli 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren ich bekomme ganz ganz viele anfragen zum thema rentenanpassung 4,57 prozent und auch die zuschlagserhöhung bis 7,5 prozent macht ja in summe für den einen oder anderen rund 12 prozent mehr rente aus meine damen und herren und jetzt kommen natürlich die fragen warum steht in der rentenanpassung der zuschlag nicht drin bis 7,5 prozent ich warte darauf ich möchte wissen bin ich mit dabei oder bin ich nicht mit dabei meine damen und herren nein sie erhalten definitiv zwei rentenbescheide und zwar zwei rentenbescheide für die rentenanpassung der rentenbescheid und auch für den zuschlag der rentenbescheid das heißt also zwei rentenbescheide für die zweimalige oder doppelte rentenerhöhung oder wie auch immer sie das gerne bezeichnen müssen meine damen und herren sie müssen sich da bitte keine sorgen machen der kreis der berechtigten für den zuschlag ist klar definiert das heißt der gesetzgeber hat gesagt dass rund drei millionen von denen insgesamt 21 millionen rentnerinnen und rentnern in deutschland noch mal zusätzlich einen zuschlag an rente bis 7,5 prozent erhalten werden das ist im einzelfall eine richtig große rentenerhöhung wir sagen punktgenau 12,07 prozent wenn man die rentenanpassung 4,57 prozent plus 7,5 prozent zusammenrechnet kann das in summe so aussehen meine damen und herren ich kann ihnen nur eines empfehlen ruhe bewahren sie alle erhalten wenn sie im kreis der begünstigten der zuschlagsberechtigten sind also dieser extra rentenzuschlag bis 7,5 prozent einen rentenbescheid die rentenversicherung hat bekannt gegeben dass die versendung dieses extra rentenbescheides der nichts mit der rentenanpassung zu tun hat meine damen und herren ende juni 2024 losgeht das heißt also wahrscheinlich schon am 28 sind die ersten bescheide rausgegangen und die ganze sache läuft dann bis juli bis ende juli vielleicht anfang august 2024 durch wenn sie der meinung sind dass sie anspruch auf diesen extra rentenzuschlag haben und sie haben diesen bescheid nicht bekommen haben aber die überweisung dieses rentenzuschlags erhalten dann sollten sie bei ihrer rentenversicherung nachfragen damit sie alles schwarz auf weiß haben und sie hier die entsprechenden bescheide in der hand halten also noch mal meine damen und herren rentenanpassungsbescheid ist der erste bescheid 4,57 prozent den erhalten im normalfall alle 21 millionen rentnerinnen und rentner in deutschland plus extra rentenbescheid für den zuschlag auf den müssen sie warten bitte deshalb können sie hier keinen rückschluss daraus ziehen dass wenn im rentenanpassungsbescheid der zuschlag nicht enthalten ist dass sie dann nicht anspruch auf diesen zuschlag haben bitte lassen sie sich da auch nicht verrückt machen da ist jetzt auch viel desinformation im internet unterwegs näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter nöppel sie sie